Richtiger Knopf Jo Leute und damit willkommen zurück zu Live in the World mit dem Flash Mit CentOS ÜIIIIIIIE UIIIIIIIIIIIIII rein krank und Zögeln fortwörtlich Du bist, uh warte mal du bist krankem Kopf ja das softw如果 genauso wie du Aua ja das noch genug ich wollte eigentlich dass wir so voll den kopf gekommen schon mal weg bauen wir noch ein bisschen feierloch doch wie ich eigentlich schon das weitermachen wollte mann umsozieren wollte jetzt den oberen gang dahin führen lassen oder welchen oberen gang wo man vor ein keller runter kam hatte meint dieses blaue ja den wollte ich jetzt nutzen damit der hinten runter nachher geht ich weiß nicht wie weit das neu ist weil die wollte ich eigentlich auf ski machen also wirklich ausgemeldet weil er sehr nervig bist ja nur am battle und nachher hinten runter gehen wir versuchen von unten gucken aber das kann ja auch so machen zwischendurch mal also zeitraffer machen aber dafür bist du zu faul ich kenne dich ja genau so sieht es aus außer es passieren dann stundenfolgen aus das kann auch passieren das war mir schnell aber ist egal wenn man zeitraffer macht ja ja oder vielleicht kattet die frage ist ich bräuchte eigentlich naja koppelstern und weiß nicht ob der koppelstern reicht oder haben wir was nach unten gefrachtet ich glaube ja ich glaube dafür habe ich extra schon was fertig gemacht aber ich weiß nicht ob wir davon wirklich schon genutzt fertig gemacht haben das weiß ich natürlich auch nicht wenn so unten ähhhhh wie ging denn dieser komische zaun noch mal beziehungsweise wir gingen diese blöcke noch mal huiiiiiii hab jetzt leitern schalter lampenbett da hat so eine boi sticks und von diesen blöcken fahrt und ich hab schon wieder vergessen wie sie gehen ähm ich bin ein toller hecht tumble stone hier ja da war 46 stück na toll war es auch schon haben wir noch nicht so viel gemacht ja da ist halt immer stein da rein das ist halt immer blöd naja ist ja nicht aber kann man das nicht rausziehen und dann erstmal die sortierkiste rein verfrachten lassen weißt cobblestone? ja ja sicher ja gut wenn ich sag mal wenn cobblestone eher oben ist wenn man wirklich was machen will ist es sinnvoller zumindest was jetzt hier in der ecke steht aber so haben wir schon mal unten vorrat ja klar ist das eigentlich relativ welchen man nimmt für cobblestone oder muss man die erst zusammen craften immer? ne ich hab die jetzt ähh man muss erst mal zusammen craften also man kommt bis zum richtig normal rauskrieg oder? ne was hab ich denn hier reingeschmissen ähm ich glaub du kannst jeden stein da rein ballern ja stimmt ja das war ja der crafter sowieso ja ja aber der crafter boah wie das hier einfach bei uns fps lastig ist ne so probleme? ich hab 19 fps ach lol ja also ich steh bei 30 ja jetzt bin ich bei 25 komisch das ist schon ganz schön nervig aber doch das ist wirklich ein bisschen komisch äh kämisch zack ja ich hab aber nicht wirklich die idee was ich machen soll nein ne und da hab ich nämlich gerade keinen Bock drauf ah du bist ja ne hast du grad zäune aufgesammelt? ne doch hab ich ja dankeschön ja was was haben wir denn eigentlich noch? na gut unten ist klar das ist sowieso so ein dauerhaftes thema eigentlich gar nichts wirklich momentan und da ist eigentlich nur so unten dann hier ein bisschen ich muss die lust drauf finden echt unten das komplett fertig zu machen wenn das auch nur aufgespringen ist oder einfach aufnehmen und einen Zeitraffer durchlaufen lässt ja weil es irgendwann so so ne wird weil wir das an folgen dran machen oder wie er so macht ja halt immer so ja brauche ich nicht sonst weiß ich nicht ja gut in der hölle war es ja schon er hat schon massenweise von gesammelt von dem ja manölin müsste ja mittlerweile hoffentlich hier unten fertig sein ich weiß ja nicht was mittlerweile auch die query macht die ist ja auch noch da ich glaube die ist auch schon wieder angehalten oder so die wird wahrscheinlich wieder angehalten sein ja ich geh mal gucken ich weiß nicht wie das manölin jetzt so da ist ganz weit ohne picture pack spielen ne na gut wir haben 48 ingots schon ohne tech oh lol ja aber ich kein bock hab das picture pack wieder fertig zu machen geht doch relativ schnell oder nicht bin aber zu faul oder zu ja gut das ist nix 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 du das kenn ich ja sehr sehr gut von dir ja du bist doch nicht anders ich bin sogar super faul mit allem ja toll wenn du es nicht mehr passen ja sie den kopf oder so was ja meist nur wichtig ist am härtesten ist sie auch meisten dauert mit so ein hämmer oder hammer definitiv weiß ein excavator weiß ich nicht vielleicht noch eine axt doch der meinung ich habe das hatte ja das andere dinge runter geschnitten habe oder? ne hier spielst du? bevor wir ja 10 was drauf haben ich denke das hmmm hinter man ja kann und reinzünden ich habe ein paar mehr davon tappen ich habe noch nicht mal die andere aufnahme verarbeitet und gerendert ach nicht nur du das muss bei mir eigentlich auch noch aber der c war halt die tage aus ok da war man wirklich hier raus braucht ihr einfach nicht ok brauchte eigentlich nicht bei mir an sein boah zombie geh weg ich sehe dich schon arbeitest du überhaupt noch? ja so minimal arbeitest du denn gerade noch ähm hab wir irgendwas hab wir noch ein gebäude bauen oder? boah zombie nervt nicht zombies im wasser sind nervig nervig aber ich kann sagen komm wieder aus dem wasser raus mein freund na gut halt auch immer noch vielleicht Windmühle bauen ne? hmmm das ist ja eh noch das war ja noch die Idee mit diesem kurzen Powertom den du machen wolltest oder nicht? mit was? für Verzauberung ja genau ja momentan sind ja dann wenn halt Bücher sammeln ne? dass man dann halt passend aufs Level kommt immer ja ey wo gibts hier nen Spawner in der Nähe oder was? wo kommt ihr scheiß Viecher her? hm eigentlich nicht ne eigentlich auch nicht weil normalerweise spawnen die ja nicht im hellen ja ist ja ein bisschen fraglich gerade weil unten aus dem Ding können die nicht rauskommen ich gucke ja gerade ja wär ja schon lustig wenn hier anfangen so ein Spawner mitten drin ist ja ja wenn jetzt gern noch einer kommt klatscht das aber kein Ballfoul Freunde ja ja so viel Mist wieder in den Taschen boah ey wo hast du den ganzen Mist jetzt gerade her? äh ich bin bei der Curry oh jetzt bin ich doch noch voll das ist natürlich auch geil das ist natürlich auch geil jetzt das was man eigentlich oft tun machen kann macht man auch nicht hehehe wieso ne so die Kiste so ein Roppelvolle macht zack mann 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 und ja die Curry arbeitet immer noch hehehe zumindest ist das gut dass sie arbeitet ich geh mal kurz was gucken weil ich fahr ich sonst eh nur wenn ich nach unten schirm ich will mal die Höhe wissen fahr weg ist das alles unter Wasser oder? ja die arbeitet doch unter Wasser weil da weißt du doch ähm Höhe 16 gerade mal komisch das ist halt weil die zu langsam Energie kriegt deswegen brauch sie so lange aber hat sich noch ordentlich zu tun immer noch ja solange sie nirgends so festhängt mit Lava oder sowas geht das ja eigentlich das Ding ist doch komplett ein Wasserfall ja aber nicht dass diese so eine Ecke ist wo dann wieder immer Cobblestorm produziert für Donahende aber ne die Ecke wird doch komplett dann dicht wenn das komplett in Wasser ist die Ecke doch auch fest ja 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 ob das hier mal das Dorf mal irgendwann erreichbar ist hm wollte ich eigentlich wie gesagt schon machen aber nö nicht eigentlich als das nicht das ist nicht ein ich das ist eine die nicht vielleicht die Und was läuft die denn eigentlich, die Que... die Engine oder die Query? Da hat er den... Da hat er auch Charcoal her. Aber da kann die eigentlich fast gar nicht laufen, wenn die nicht befüllt wird. Fast gar nicht, wie freut die Dinger noch, wenn sie... Also, ich habe sie definitiv nicht befüllt und ich weiß nicht mehr, wo sie steht. Hatte ich schon wieder vergessen. Ja, ja, klar. Da sind immer noch den Blick auf Kohle rein. Oh. Deswegen. Naja. Und dann die Kohle schon wieder her. Spitzhacker, ja. Na gut, damit ich jetzt in die Kohle raus, um was wir sonst was nicht brauchen können. Ja, jetzt ab ey. Jetzt wird das Gerne dreht. Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm... Gleich ist es dunkel. im Bett hab ich natürlich eh nicht dabei äh tröste ich auch nicht, könnte aber schnell eigentlich zacken irgendwo hab ich da schon im Bett stehen gelassen also ich hab's kein... hab ich eins? ich bin der Meinung hier hätte ich irgendwo im Bett stehen lassen ich hab definitiv keins, aber ich kann zurücklaufen ohne 80 Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Ich bin gerade in den scheiß Wald reingegangen, der bei uns vor der Tür ist, da kommt einfach im Dunkeln einfach ein kack Zombie vor mir entgegen, einfach hinter Bombs aufgetaubt, plupp. Oh, ich war gerade auch im Bett, okay, ich hab gesagt, ich hab das weg gefunden, ich bin ganz zurück gelaufen, hei, 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 ahhh, Creeper. Oh, da war noch ein Loch, da hab ich fast reingehören, ist das ja tief gewesen, Creeperts, Ja, cool. Fuck. Wie batz. Batz, batz, batz. Wie batz. Hauptsache, man sieht, dass du das Back öffnest. Hm. Oh, ist doch egal. So. Erstmal weg mit den ganzen Sachen. Ich kann das auch. Ah, ich spinne. Fahrungspunkte sind so toll, 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 toll. Hasenpopel? Ah, Fahrungspunkte. Hat für Popel immer. Ich hab Hasenpopel verstanden. Alles klar. Ja, die isst du doch immer, die Hasenpopel. Hasenpopel. Mhm. Ich guabe mich da gleich durch. Ich gucke mich. Hm, 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 hm. Gibt's eigentlich... Ja, passiert das ne Baustür Das kannst du nicht mehr absteiden, dass du nicht mal Blödsinn machst Du musst immer Blödsinn. Nö. Doch. Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ne 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 was denn schon sagen ich weiß mit voller stolz bin ich behindert ich hab auch einen knall weg das war zu tief wäa 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 wäa